Ja, wir haben trotzdem ein gutes Spiel. Irgendwann musste die SNI da kommen, so sicher nicht, aber wie gesagt, das zweite Gegentor, das war scheiße. Aber auch Classic CF. Safe. Wenn man schon verliert, dann auch gegen CF, ne? Ja. Safe Call. Das heißt auch neue Liga, ne? Neue Liga, neue Gegner. Müssen wir erst mal drauf klarkommen. Welche Staten haben wir eigentlich? Ja, das hier. Das ist glaube ich unseres. So ein kleiner Park. Das Josnusbaum-Stadion. Oh Mann! Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. das ist angedockt meiner Gitter ein Dator ein bisschen den Ball berührt schön ah der war ich hab's gesehen ich hab trotzdem gedrückt ja was war ein Foul ich bin nur auch der Meinung dass der Typ mich dass er nicht den Ball berührt hat und nur mich ja kommt weiter hin jawohl ah nein ich bin eigentlich direkt zu dir Raph ah Fick das war der Schalter schon gedrückt das ist doch los was ist denn los was machen Sachen schön schön ah die Ballernahme war nicht perfekt von mir shit schön yes ah nein ich hab Dreieck gut 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 äh also ganz schnell nein ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's gesehen Einmal! Schau! Scheiße! Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Was macht der da? Ja, das sah aber auf jeden Fall spektakulär aus. Wollte ich gar nicht. Also so wollte ich das gar nicht. Oh nein! Yes! Das ist schön. Ich habe ihn noch inreff. Oh man! Fui! Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wollte ich nicht. Oh, die ist gut. Ah, shit. Come on. Genau kurz vor, als der Ball kam, war bei mir noch gut. Schade. Entschuss. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Das kommt doch grad leider nicht an. Ja. Das ist auch schade. Ah, der blockt mich. Ah! Ich wollte jetzt nicht außen spielen. Scheiße. War der zweite zu schnell da. Sorry. Schade. 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 Nein! Ich weiß, was du meinst. Ey! Vorbe. Keine Ahnung, wie ich die Freistöße hier schlagen habe. Komm mal ran, ich komm mal ran. Schade. Schade. Eigentlich ne gute Halbzeit. Ah, der Abschluss. Und der letzte Pass. Eins von beiden an die... Einen der beiden Dinger hakt es gerade. Sieben zu allen Schüssen. Alter, einfach mal ran. Ja, wir... Ja, wir machen das sehr gut eigentlich. Wir erobern auch immer früh den Ball. Ja. Wir müssen nur jetzt das Ding machen. Schön. Ist ausgetrickst, ne? Ja. Ich glaub's auch. Ja. Oh, nicht so! Schön. Was hat's auch noch gemacht, der Typ? Ah. Hab's ein guter Ort. Back und weg. Nicht, dass es ein Insider wird. Zum Beispiel weg. �� Ja. Ja, weiß das. Ja. Ihr habt sie alle gebunden, die Spieler. Ja, ihr habt sie alle gebunden, die Spieler. Ah! Ach! 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 Oh, yes! Ah! Oh! Es war unfassbar, dass er den da so in die Füße spielt, ne? Ja! Es ist so viel Platz! Ach, der durchscheiße! Einer war mal Platz! Aus! Ah, gut, kommt's! Ah, ich weiß nicht, wo ich mich da war! Sorry! Das hat man gemerkt! Alles gut! Ich hab' geguckt und gesucht und geguckt und gesucht! Ja! Ja! Ich wollt's! Ich wollt' aber nicht wieder hin rum! Schön dabei! Ja! Da ist er! Ich mach' den! Ich mach' den! Du kannst doch wechseln, wenn du den, wenn du den schießen willst! Sag's nur! He! 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 Er war aber wirklich gut geschlossen! Ein bisschen zu hoch! Also von der Härte war er gut, aber wie gesagt... Ist er unten besser? Ich dachte, er noch höher! Nee! Also... Laut normaler Fußball-Logik ist, wenn du den halb hoch schießt, dann kommt der Torwart da mit den Händen besser dran! Weil der die Arme halt nicht so... Der hat mehr Zeit, die Arme zu bewegen! Weißt du? Wie ich meine? Weil der Ball näher dran ist! Egal! Ich möchte trotzdem die Elfmeter behalten! Ich weiß grad' gar nicht mehr genau, wie der andere Elfmeter war, aber ich glaub' der ging daneben, ne? Alter! War komplett verschossen! Ja, genau! Und der war jetzt wenigstens... Oh! Der kleine Peter kann jetzt am Eingang von Block 7 abgeholt werden! Und bei mir können die auch nach dem Shuttle-Bus nehmen danach! Oh, Scheiße! Oh, Mann! Das gibt's nicht! Ahhhh! Wieso jetzt? F***, ey! Ja, aber ich schaff' noch so! Was? Dieses Verlieren ist mir schon... Schon hart! Wow! Keine Karte? Da steht hier drin, genau! Oh, sorry! Scheiße! Hat der roten kommen? Ja, einer hat rot von denen, ja! Ja! Was ist das aus dem Sinn? Was waren die denn jetzt? Haben die Angst? Nein! Oh, dann kommt der da noch dran! Oh, dann kommt der da noch dran! Oh, dann kommt der gefasst durch! Was ist denn? Maschinen! Oh, was ist denn Maschine? Was ist denn Maschine? Scheiße! Das ist eigentlich schon längstens weiter vor dem Platz geflogen ist, ne? Ah, Mann! Spiel doch! Oh, Mann! Nein! Und dann hat er das B genommen! Jetzt aber! Nein! Dann kommt der da noch dran! Oh! Ah, Mann! Das kann nicht sein, dass er dieses Spiel verliert, ey! Das geht nicht! Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist ganz, ganz bitter! Und der Elfmeter! Ja, stimmt! Der Elfmeter war dann natürlich noch die beste Chance!